Ich habe einen Brief geschrieben, einen Dank für meine Mama, weil sie alles für mich macht und wenn es mir schlecht geht, ist meine Mama immer für mich da. Und wo ich ihr den Brief lang gegeben habe, hat sie sich richtig frei und sie hat mir richtig frei gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017